Hallo und willkommen bei Hardware Art. In diesem Video das Update des 600 Euro Computers März 2013. Als CPU ein Intel Core i5-3470 mit 4x3,2 GHz. Er wird in der Boxed Version ausgeliefert, das bedeutet ein Kühler ist schon wieder dabei. Er hat einen Standard-Takt von 3,2 GHz, einen Turbo-Takt von 3,6 GHz. Der CPU sollte für jedes Spiel noch die nächsten 2-3 Jahre ausreichen, vielleicht auch 4 Jahre, man sagt ja immer. Der Prozessor braucht man nur alle 4 Jahre aufrüsten. Und sonst, da er sie maximal 77 Watt verbraucht, sollte er auch vom Boxed-Kühler recht leise gekühlt werden. Obwohl, es sind wahrscheinlich weniger als 77 Watt, da mein 737K nicht mal ganz an 60 Watt auf Höchstleistung rankommt. Dann als Arbeitsspeicher 8 GB Kingston HyperX DDR3600. Ganz normaler Standard-RAM, der Prozessor unterstützt bis 1600, dann kann man auch ruhig ein 1600 nehmen. Und CL9 ist eine Standard-Gute-Latenz. Dann als Mainboard ein ASRock B75 Pro 3M. Das Mainboard hat alles, was man so braucht auf dem neuesten Stand. USB 3, SATA 3, 4 DDR3-RAM-Bänke, PCI-Express 3.0 und eine 7.1-Soundkarte. Leider kann man mit den B75-Chips das nicht übertakten, könnte man aber mit dem Prozessor eh nicht. Dann als Fest hatte er eine 1 TB Seagate Barracuda. Dank 7200 Umdrehungen sollte sie recht schnell sein. Sie wird bloß manchmal laut, aber dafür ist sie recht günstig. Und 1000 GB sollten eigentlich für jeden so ziemlich ausreichen. Als Grafikkarte eine 2 GB HES Raiden HD 7870 iSQ-X. Trotz, dass die Karte übertaktet ist, ist sie eine der stromsparendsten HD 7870. Die Karte sollte so ziemlich jedes Spiel auf den höchsten Einstellungen packen, außer jetzt gerade die neuesten Kracher wie Crysis 3 oder ähnliches, wahrscheinlich eher weniger. Aber so Spiele wie, weiß nicht, SimCity 5 oder Battlefield 3 sollten auf der Grafikkarte auf den höchsten Einstellungen laufen. Dann als nächster ein 400 Watt Be Quiet System Power 7 mit 80 plus Bronze. Ein DVD-Brenner von Samsung. Und als Gehäuse ein LC Power Pro 906B. Das Gehäuse habe ich jetzt bloß als Vorschlag mit reingemacht. Man kann natürlich immer ein anderes benutzen, aber das ist recht günstig und hat einen blau leuchtenden LED-Lüfter vorne dran. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls das Video älter als 2 Monate ist, bitte in die Beschreibung hineinschauen. Dort ist ein Link, der immer zum neuesten Gaming-PC führt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.